Auf meinem Kanal. Ich bin gerade hier am winterlichen Luxemburg. Es ist schon sehr viel Schnee, wie man sieht. Und wenn man nach oben guckt, dann ist hier sehr, sehr Schnee. Und es scheint noch sehr lange zu schneiden, weil es ist noch sehr viel im Himmel. Das sieht man ja noch. Weil das sehr, naja, vorhin waren das eher kleinere Flocken, aber vorhin waren das riesige Flocken. Also hat es gemacht, dass es, jo, das ist dann, oh, da, da habe ich nur ganz kurz was gemacht. Äh, ja, ja, das ist nur ein bisschen, ja, das ist das hier. Ich brauche wahrscheinlich zu filmen, aber ich gucke gerade richtig drauf. Schau mal, so sehen hier die Autos jetzt aus. Und dann das hier. Jo, und dann noch im Garten. Da ist es schon direkt ein winterliches Bild, also blau. Ich verstehe, warum das winterliches ist, aber naja. Hier sieht man auch sehr, dass es sehr, dass es sehr schlimm schneit. Und jetzt ist es... Und jetzt ist es aus. Und jetzt ist es... Vielen Dank.